Ja, Sie sollten sich jetzt fragen, was hat das Ganze bitteschön mit Randwettproblemen zu tun? Und um uns das anzuschauen, werden wir ein ganz spezielles Sturm-Liow-Will-Problem definieren und werden dieses in eine Variationsform bringen. Und das wird das Beispiel sein, das uns in diesem ganzen Kapitel begleiten wird. Okay, wir schauen uns also an ein Sturm-Liow-Will-Problem. Ein Sturm-Liow-Will-Randwert-Problem mit gemischten Randwerten. Sie werden gleich direkt sehen, warum dieses Problem gerade für uns so interessant ist. Nun, diese Sturm-Liow-Will-Probleme, da suchen wir immer eine Funktion y, die die folgende Differenzialgleichung erfüllt. Und minus p mal y'', ausgewertet an der Stelle t, plus q von t, y von t, gleich f von t. Okay, und wir geben Randwerte vor bei a und b. Und in diesem Fall geben wir vor, die Randwerte y von a, gleich 0, also homogene direkte Randwerte auf der linken Seite und homogene Neumann-Randwerte auf der rechten Seite, also x' von b, gleich 0. Okay, wir machen die Einschränkung, dass p von t größer gleich p0 größer 0 ist und dass q von t größer gleich 0 ist. Und denken Sie daran, das ist der Fall, wo wir vermutet haben, dass wir tatsächlich immer eine Lösung des Randwert-Problems haben. Und eine typische Wahl, die wir schon im Kapitel davor gemacht haben, war die folgende. Wir wählen p konstant gleich 1 und q gleich 0. Und in diesem Fall hätte die Differenzialgleichung einfach die einfache Form minus y2' von t gleich f von t. Und das war das, was wir als Poisson-Gleichung bezeichnet haben. Das heißt also, diese alten Beispiele aus der Vorlesung, die können wir hier weiterverwenden, die passen alle in dieses Setting rein. Okay, abgesehen von den Randwerten. Okay, wir wollen das jetzt in eine Variationsform bringen. Und wie könnten wir das tun? Naja, wenn wir uns oben die Differenzialgleichung anschauen, dann sehen wir, wenn wir das f von t auf die linke Seite bringen, ich muss mal anmarkern hier, also wenn wir in dieser Definition, die wir hier vorne haben, ach, das geht jetzt natürlich gerade schief, na, wenn wir in dieser Definition der Differenzialgleichung, die wir hier haben, einfach da mal das f von t auf die linke Seite bringen, dann sehen wir, die Differenz der linken und rechten Seite ist natürlich 0. Das heißt also, das passt in unser Setting aus dem letzten Video. Und wenn wir das jetzt mit einer Funktion phi multiplizieren, dann bekommen wir sowas wie, und dann das Ganze integrieren, dann bekommen wir diese Form aus dem letzten Kapitel. Und genau das wollen wir mal tun. Und das heißt also, wir nehmen mal eine Funktion phi, erst mal aus, meinetwegen aus, 10, 0, unendlich. Und was anderes nehmen. Und multiplizieren die Gleichung, die da oben steht, mit diesem phi und nehmen das Integral von a bis b. Und dann haben wir sowas da stehen, wie das Integral a bis b minus p mal y' von t mal phi von t plus q von t y von t phi von t dt gleich Integral a bis b phi von t f von t dt Okay. Und unsere Idee ist natürlich, dass unser, dass vorhin unser letztes Video gesagt hat, naja, also, wenn diese Gleichung richtig ist, für alle phi, zum Beispiel aus, für alle phi aus 10, 0, unendlich, dann folgt schon, dass die Differenz von der linken und rechten Seite hier oben 0 ist, mit anderen Worten, dass die Differenzialgleichung erfüllt ist. Okay. Gut. Wir wollen das, was da steht, noch ein bisschen anders schreiben. Und zwar wollen wir partielle Integration machen. Ich habe schon gesagt, das wird eins unserer Hauptwerkzeuge sein. Und dann ist das hier äquivalent dazu, dass das Integral a bis b, naja, davon haben wir das minus p mal y' Strich mal phi. Wenn ich da partielle Integration mache, dann steht hier sowas wie p mal y' von t phi Strich von t plus q von t plus q von t y von t phi von t dt und, ja, da kommt noch ein Randwert dazu, den diskutiere ich gleich. Das wäre dann also gleich dem Integral von a bis b phi von t f von t dt. So, mehrere Sachen. Jetzt das erste Mal, jetzt sehen Sie, warum wir die ganze Zeit dieses bekloppte Minus hier vorne mitgeschleppt haben bei den Sturm-Liowell-Problemen. Wir werden nämlich alle Probleme in dieser Form hier vorne betrachten und jetzt sind wir das Minuszeichen. Ja, das war der Grund, warum ich das die erste Zeit wieder hingeschrieben habe. Dann, es kommt natürlich eigentlich noch hier vorne ein Randwert, also ein Randwert dazu, wenn ich hier vorne die partielle Integration mache und das ist sowas wie, eigentlich steht hier noch so ein plus p mal y' mal phi in den Grenzen von a bis b. Naja, aber wenn das phi aus c0 unendlich ist, c0 unendlich von a, b, dann bedeutet das, dass phi auf dem linken oder auf dem rechten Rand verschwindet und das heißt, das ist 0, was da steht. Das heißt also, wenn ich mir diese Gleichung anschaue, die da vorne steht, dann kann ich erst mal sagen, okay, also wenn das phi die Differenzialgleichung erfüllt, dann, Entschuldigung, wenn das y die Differenzialgleichung erfüllt, dann erfüllt das y auch diese Integralgleichung und zwar zunächst mal komplett unabhängig von den Randwerten. Ich möchte das, was da steht, also diese linke Seite hier vorne, dieses ganze Ding, das möchte ich mal bezeichnen als, also dieses obere Integral, das möchte ich mal bezeichnen als b von y und phi und hier oben die rechte Seite, die möchte ich mal bezeichnen als f von phi. Und was wir jetzt gezeigt haben bis jetzt ist, wenn y die Differenzialgleichung erfüllt, dann gilt b von y und phi gleich f von phi. Ich möchte das ein bisschen anders formulieren und in einem Satz zusammenfassen. Und zwar, machen wir ihn ruhig, machen wir ihn ruhig rot. Also ich möchte den Satz formulieren. Und zwar definiere ich mir mal x gleich die Menge aller u aus c1 von a, b mit der Eigenschaft, dass sie auf dem linken Randwert verschwinden, das heißt also u von a ist gleich. Erstens, falls u aus x das Randwertproblem von oben natürlich erfüllt, so gilt b von u, v gleich 0 gleich b von u, v gleich f von v für alle v Element x. Das zweite ist, falls b von u, v gleich f von v ist für alle v Element x und zusätzlich das u nicht nur in c1 liegt, sondern sogar u aus c2 ist, also b von u, v für alle v Element x und natürlich u Element u u mx, Entschuldigung, und das u zusätzlich noch in c2 ist, dann folgt das u löst die Differenzialgleichung, löst das rwp. ja, das wollen wir schnell beweisen. Naja, also der erste Teil oben, das sieht ja genauso aus, wie das, was wir vorhin gemacht haben. Schauen wir mal, was ist der Unterschied zu vorhin? Vorhin haben wir angenommen, dass dieses phi, das wir da hatten, das kommt aus c0 unendlich, jetzt haben wir ein u aus c1. Wo haben wir das denn wirklich benutzt hier oben, dass das phi aus c0 unendlich war, eigentlich nur hier vorne an dieser Stelle, da haben wir nämlich gesagt, dadurch damit argumentiert, das phi ist 0 auf dem Rand und deshalb fällt dieser Randtherm hier vorne weg. Können wir hier auch einen Grund dafür finden, dass der Randtherm weggeht. Naja, also wir haben also so ein p mal y mal phi in den Grenzen von a bis b, also jetzt bei uns hier ein p mal u mal v in den Grenzen von a bis b. Und das muss 0 sein. Und naja, also das u-strich löst das Randwertproblem, also u löst das Randwertproblem. Naja, also daraus feucht natürlich erstmal, das u liegt in x, das heißt, es gilt u von a gleich 0 und es gilt u-strich von b gleich 0. Naja, das u-strich von b gleich 0, das ist super, ja, also damit geht hier vorne die rechte Seite weg, wenn ich das b hier vorne einsetze, geht das hier vorne raus. Okay, das v kommt aus x, das heißt, also insbesondere gilt v von a gleich 0. Ja, so habe ich gerade dieses x hier vor in diesem Raum x definiert, das heißt also, wieder geht hier vorne, das ganze Ding ist ebenfalls gleich 0, das heißt also hier vorne, dieser Randterm, den wir da stehen haben, der ist auch in diesem Fall gleich 0, ja, und alles andere können wir genauso machen wie oben, das heißt also tatsächlich, das ist korrekt. Okay, das ist der Beweis zu 1. Was ist der Beweis zu 2? Naja, also zunächst mal, falls b von u, v gleich f von v ist für alle v Element x, insbesondere liegen in x natürlich die Funktionen 10 Null unendlich, und da haben wir schon beim letzten Mal gezeigt, also wenn diese Gleichung hier vorne gilt für, wenn, erst mal das, Entschuldigung, erst mal das, was hier vorne steht, ist also richtig für alle vier Element 10 Null unendlich. Okay, das ist aber ängivalent zu dem, was hier vorne steht, das heißt also, diese Integral Gleichung, die hier steht, diese Integral Gleichung, die hier steht, die ist erfüllt für alle vier aus 10 Null unendlich, und das Ergebnis aus dem letzten Video war, naja, wenn das richtig ist für alle vier Element 10 Null unendlich, dann ist der Unterschied zwischen der rechten und linken Seite hier vorne 0, und das bedeutet tatsächlich, dass u erfüllt die Differenzial Gleichung, und wenn ich das jetzt in den richtigen Variablen mache, also in u und v, dann gilt zunächst mal, setze v aus 10 Null unendlich, und dann gilt schon, dass u erfüllt die Differenzial Gleichung. Okay, wie sieht es mit den Randwerten aus? Naja, also das u war aus x, das heißt, es gilt schon mal u von a ist 0. Okay, wie sieht es mit der rechten Seite aus? Naja, also, diese Integral Gleichung, die hier, okay, dafür nehmen wir uns ein v, das nicht aus 10 Null unendlich kommt, das heißt, wir nehmen uns ein v aus x, mit der Eigenschaft natürlich, dass v von a gleich 0 ist, aber v von b ungleich 0. Das heißt, es liegt jetzt nicht mehr in 10 Null unendlich, weil der rechte Wert eben halt nicht 0 ist. Okay, nach unserer Gleichung oben wissen wir, dass b von u, v minus f von v ist gleich 0, denn es gilt b von u, v gleich f von v für alle v aus x. Okay, was ist das denn, dieses b von u, v minus f von v? Es ist genau dieser Randterm, den wir da oben hingeschrieben haben. Also das b von u, v ist hier oben dieser Integralterm. Ups, jetzt habe ich es verloren. Das b von u, v ist genau dieser Integralterm hier vorne. Das f von v ist genau dieser Integralterm. Das heißt also, wenn ich die beiden jetzt voneinander abziehe, dann bleibt, dann ist das hier vorne 0. Entschuldigung, ich war für den Moment unkonzentriert. Also b von u, v minus f von v. Schauen wir uns das an. Das ist der Unterschied dieser beiden Integralterme hier vorne. Okay, wenn wir das wieder umschreiben mit Hilfe der partiellen Integration, ist das wieder dasselbe wie diese beiden Integrale hier vorne. Und der Unterschied ist wieder, naja, wir wissen nicht, ob dieses, der Unterschied ist wieder dieser Randterm hier vorne. Okay, jetzt wissen wir aber schon, wir haben gerade gezeigt, das u erfüllt die Differenzialgleichung. Wenn das u die Differenzialgleichung erfüllt, dann bedeutet das dieser Term hier vorne, der ist gleich 0. Okay, das heißt also, wenn dieser Term hier vorne 0 ist, dann ist der Unterschied zwischen, diese beiden Terme hier vorne sind gleich, dass der Unterschied zwischen der linken und rechten Seite ist 0. Okay, das heißt, der Unterschied b von u, v minus f von v, das ist genau hier vorne dieser Randterm, der da vorne steht. Das heißt, das b von u, v minus f von v ist nichts anderes als das p mal u- mal v in den Grenzen von a bis b. Okay, wir wissen schon, dass v von a ist 0, das heißt also, der Term wäre a, der fällt mit Sicherheit weg. Und wie sieht es mit dem Term an der Seite b aus? Das ist also p von b mal u- von b mal v von b. Und das ist das gleich, das ist das b von u, v minus f von v. Das heißt, das hier vorne, das ist 0. Jetzt wissen wir aber, das p von b ist größer gleich p0 größer 0. Also das ist mit Sicherheit nicht 0. Das v von b, naja, das haben wir gerade so gewählt, da haben wir irgendeine Funktion v gewählt mit v von a gleich 0. Das heißt, das konnten wir mit Sicherheit so wählen, dass das hier zum Beispiel größer 0 ist. Ich habe da vorne u gleich 0 geschrieben. Die einzige Möglichkeit, wie das 0 sein kann, ist, dass das u- von b ist. Das heißt also, wenn b von u, v minus f von v gleich 0 ist, für alle v Element x, dann gilt natürlich erstmal u von a gleich 0. Und es gilt aber auch u- von b gleich 0, denn sonst kann die rechte Seite hier vorne nicht erfüllt sein. Ja, und das heißt also, wir haben alles zusammen. u löst die Differenzialgleichung und erfüllt die Randwerte, das heißt, u löst das Randwertproblem. mit anderen Worten, wir konnten unsere Differenzialgleichung komplett umschreiben in eine Integralgleichung. Und das heißt, unsere, unter der Voraussetzung allerdings noch, das haben wir im Augenblick noch, dass das u zweimal differenzierbar ist, das wissen wir noch nicht, unter der Voraussetzung, dass u zweimal differenzierbar ist, ist die Lösung unseres Randwertproblems äquivalent zur Lösung des Problems b von u, v gleich f von v für alle v Element x für ein u Element x. Okay, das heißt, wir haben unsere Differenzialgleichung in eine Integralgleichung umgeschrieben. Das ist die, das Ergebnis, das wir jetzt zu diesem Zeitpunkt haben. Und auf eine Sache möchte ich Sie dabei aufmerksam machen. Eigentlich ist unsere Differenzialgleichung von zweiter Ordnung, da kommt eine zweite Ableitung drin vor. In diesem b von u, v, da kommt, schauen wir uns nochmal die Differenzialgleichung an, da kommen nur erste Ableitungen drin vor. Das heißt also, auf irgendeine komische Art und Weise haben wir tatsächlich unsere Anforderungen an die Lösung der Differenzialgleichung reduziert. Oben brauchten wir eine zweite Ableitung, um überhaupt erstmal das Problem formulieren zu können. Natürlich musste das y, musste die Lösung zweimal differenzierbar sein. Hier haben wir jetzt plötzlich einen erweiterten Lösungsbegriff, naja, also in einer gewissen Art, diese Integralgleichung, die können auch Funktionen erfüllen, die nur einmal differenzierbar, nur einmal stetig differenzierbar sind. Und das heißt, wir haben sowas wie einen erweiterten Lösungsbegriff und das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Differenzialgleichung. Differenzialgleichung.